Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Terpene sind eine große Gruppe von organischen Verbindungen, die in vielen Pflanzen vorkommen und für deren charakteristische Düfte und Aromen verantwortlich sind. Terpene haben vielfältige gesundheitliche Wirkungen, die von entzündungshemmend über schmerzlindernd bis hin zu beruhigend reichen. Fünf der häufigsten Terpene und ihre gesundheitlichen Wirkungen sind. Limonen Limonen ist ein Terpen, das in Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen und Grapefruits vorkommt. Es hat entzündungshemmende und stimmungsaufhellende Eigenschaften und kann bei der Linderung von Stress- und Angstzuständen helfen. Myrzen Myrzen ist in vielen verschiedenen Pflanzen wie Hopfen, Thymian und Mango enthalten. Es hat beruhigende und schmerzlindernde Eigenschaften und kann bei Schlafstörungen und Muskelverspannungen helfen. Pienen Pienen ist ein Terpen, das in Kiefern und anderen Nadelbäumen vorkommt. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis helfen. Linalul Linalul ist in Lavendel, Rosmarin und anderen duftenden Pflanzen enthalten. Es hat beruhigende und angstlösende Eigenschaften und kann bei Schlafstörungen und Stress helfen. Karyophyllen Karyophyllen ist in Gewürzen wie schwarzem Pfeffer, Nelken und Oregano enthalten. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei Magen-Darm-Beschwerden und Arthritis helfen. Die Vielfalt der Terpene und ihre gesundheitlichen Wirkungen machen sie zu einer interessanten Option für die Behandlung verschiedener Beschwerden. Obwohl weitere Studien erforderlich sind, um ihre genauen Wirkungsmechanismen zu verstehen, zeigen viele Menschen bereits positive Ergebnisse bei der Anwendung von Terpenen zur Linderung von Beschwerden. Insgesamt ist die Verwendung von Terpenen eine vielversprechende Möglichkeit, um die Gesundheit zu fördern und Beschwerden auf natürliche Weise zu lindern. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Terpene zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!